Ein kleiner, kaum lesbarer Stein auf der Festung Königstein erinnert noch an ihn, den letzten sächsischen Goldmacher in staatlichem Auftrag, Johann Hector von Klettenberg. Anders als Johann Friedrich Böttger lässt ihn August der Starke allerdings nicht auf den Königstein bringen, um hier den Stein der Weißen zu suchen, sondern arretiert ihn, weil es Klettenberg eben nicht gelingt, Gold zu machen. Vor exakt 300 Jahren wird der letzte Goldmacher des starken August enthauptet. Das Kalenderblatt von Hartmut Schade spricht Conny Wolter. Selbstsicher ist Klettenberg bis zur letzten Minute. Als ihm das Todesurteil verkündet wird, kontert er. Auf meinem Sargholz singen noch die Vögel. Bisher hat der Frankfurter Bürgersohn noch jedes Mal den Kopf aus der Schlinge ziehen können. Das erste Mal 1709, als der 25-Jährige nach einem Duell mit tödlichem Ausgang in seiner Heimatstadt enthauptet werden soll. Johann Hector von Klettenberg flieht und taucht als Goldmacher in Prag, Arnstadt und Weimar wieder auf. Ein damals populäres Unterfangen, wie dieses Spottgedicht zeigt. Es will fast jedermann ein Alchemiste heißen. Ein grober Idiot, der Junge mit dem Greisen, Bartscherer, altes Weib, ein kurzweiliger Rat, der kahlgeschorene Mönch, der Priester und Soldat. Weihnachten 1713 stellt er vor den Augen des starken August in der Dresdner Hofküche Gold im Wert von 14,5 Dukaten her, schreibt Matthias Donath in Die Geistersehe. Klettenberg verpflichtete sich, innerhalb von 14 Monaten eine Universaltinktur zu erstellen. Dafür sicherte ihm der König freien und sicheren Aufenthalt zu, gestattete ihm ungehinderten Zutritt zum Hof und zahlte ihm ein monatliches Gehalt von 1000 Talern. Augusts frühere Goldmacher Johann Friedrich Böttger stellt zu diesem Zeitpunkt erfolgreich weißes Gold, Porzellan her. Damit ist August aber nicht zufrieden. Auch Böttger soll ihm noch richtiges Gold machen, dazu die ewiges Leben versprechende Tinktur Aurum Potabile und den Stein der Weisen finden. Während Böttger ein penibler, wenn auch goldmäßig erfolgloser Experimentalchemiker ist, ist Johann Hector von Klettenberg ein Scharlatan. Statt im Labor treibt er sich lieber bei der Jagd herum oder schikaniert als Amtshauptmann von Senftenberg die Bürger. August den Starken hält er bei Laune, indem er ihm immer mal ein wenig angeblich selbstgemachtes Gold zukommen lässt. Goldmacherei ist eine Art von Krankheit. Sie scheint oft durch Vernunft eine Zeit lang geheilet, aber dann kommt sie unvermutet wieder und wird wirklich epidemisch. Stöhnt Preußenkönig Friedrich der Große. Tatsächlich ist das Zeitalter der Aufklärung die hohe Zeit der Goldmacher. Fast an jedem Fürstenhof tauchen die Adepten auf, behaupten, den Stein der Weisen zu besitzen und Gold herstellen zu können. Wer im gemeinen Dienst dem Staat nichts nützen kann, wer jung als Passagier sein Hab und Gut vertan, will nun im Müßiggang aus Gläsern, Rauch und Kohlen, schaut doch dies Wunderwerk des Schadens sich erholen. Nach fünf Jahren, im Sommer 1718, räumt Klettenberg ein, dass ihm das Goldmachen leider misslungen sei. August ist 60.000 Thaler ärmer und muss sich von einer Kommission unter dem Freiberger Bergrat Ehrenfried Tittmann aufklären lassen, dass er einem Betrüger aufgesessen ist, da ein Lapis-Philosophorum, welcher geringe Metaller in Edle transmutieren könne, nicht denkbar sei. Klettenberg kommt auf die Festung Königstein. Pech für ihn. Die Frankfurter Behörden haben das Todesurteil nicht vergessen und bitten die Sachsen um Amtshilfe. Und so endet Johann Hector von Klettenbergs Leben mit einem Schwertstreich auf der Festung Königstein am Morgen des 1. März 1720. Der letzte Goldmacher der Sachsen, Johann Hector von Klettenberg, stirbt vor 300 Jahren durch das Schwert. Das war unser Kalenderblatt. Das war es schon.